Stefan Bisegger ist Sporthilfepatenathlet und wird von der Roger Federer Foundation unterstützt. Die Leidenschaft und unendliche Motivation für seine Ziele zu kämpfen, beeindruckt mich sehr. Er opfert jede Minute seiner Freizeit, um möglichst zeitnah einen Schweizer Meistertitel und einen Podestplatz an einer Weltmeisterschaft auf der Strasse oder der Bahn zu erkämpfen. Einen Junior-Weltmeistertitel auf der Bahn hat er bereits im Gepäck. Ich bin stolz auf Stefan und wünsche ihm, dass es zum Sporthilfenachwuchsathlet gekürt wird. Helfen Sie auch, helfen auch Sie mit und geben Sie Ihre Stimme ab auf sporthilfe.ch-voting-up. Danke!